Hier auf der Stage Set Scenery der Leistungsschau der internationalen Eventindustrie geht es natürlich auch ganz stark um Mitarbeitergewinnung, also Talent Development und der War for Talents. In der Tagungshotellerie kennen wir das schon zu Genüge. In den Event- und Locations-Anbietern, den Agenturen und sonstigen Machern ist das natürlich ein Riesenthema, bei schwerer Arbeit, ungünstigen Arbeitszeiten die Mitarbeiter für sich zu halten. Ein ganz wichtiger Punkt ist neben der Bezahlung natürlich Werte des Unternehmens. Die Werte Foundation unterstützt dann nun sehr viele Anbieter, sehr viele Hotels schon, wie man einen authentischen Wertekatalog aufbaut, ihn tatsächlich auch im Alltag implementiert, Vorgesetzten und Mitarbeiter in den Teams und wie man eigentlich mit den Grundwerten, die absolut notwendig sind, also Authentizität, Aufrichtigkeit, Transparenz und vielen, vielen mehr auch dann tatsächlich umgeht, auch wenn es mal ein bisschen heißer wird im Business-Alltag. Also die Werte Foundation macht stark und gerade das braucht auch die Event-Industrie und natürlich auch Hotellerie und Gastronomie. Es sind wundervolle Karrieremöglichkeiten, die sich hier bieten. Werdestark mit der Werte Foundation.